Ah, heute willkommen zu einer Tode! Du hast mich geboxt! Neue Folge Minecraft! Jetzt zusammen mit dem grünen, rasanten Kollegen hier, Flo. Hi, was geht? Alles klar, wir bauen Huiti. Was bauen wir? Wir bauen... Wir bauen uns selber. Und zwar eine richtig coole Maus und eine richtig schmackhafte, saftige Melone. Richtig? Hey! Machst du überhaupt was? Warte, kriegst du Schaden, wenn ich das auf mich drauf... Oh, ich hab jetzt noch schön was geschrieben. Was hast du gemacht? Wer das li... Das will niemand lesen. Niemand will deine Texte lesen. Der steht stickt. Stickt. Der ist gut im Sticken dann. Ach so, stickt? Kannst du stickt? Ich kann nicht stickt. Leute, es driftet ab. Genau. Diamant hast du als Smart hast, ist unser heutiges Thema. Und ich würde sagen, Flo, du wählst aus. Du darfst drücken, was du machst. Ey, wieso immer? Ich krieg immer das... Egal, was gut oder schlecht ist, oder? Ein, es ist beides. Diamanten sind cool und du bist grün. Das heißt, du könntest auch ein Smart... Die Land kann ich mir Rüstung machen und dich killen. Ja? Also, bau mal. Ich mein, such dir was aus. Okay, eins, zwei, drei. Easy ist ein Ei. Ich mach easy. Heute zu... Zu drei! ...brei. Du machst Emerald! Okay, alles klar. Dann habe ich wohl das Diamant-Haus gezogen. Du darfst dein Emerald-Tee nehmen. Ich weiß nicht, wo die Sachen drin sind. Hier ist das Dia-Haus. Da ist das Haus für die Emerald-Sachen. Da sind die Emerald-Sachen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, jeder nimmt sich jetzt mal die Blöcke... Nee, ich mach mir gleich Dia-Sachen und dann töd ich dich einfach. Ich brauch nur noch Holz. Holz. So, ich nehme mir jetzt einfach mal alles raus, was hier drin ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt an. Ich glaube, den Boden kann man ganz gut mit Holz machen. Warte, willst du hier bauen? Ich bin hier. Gehen Sie auf Ihre Seite? Ich bin hier. Nein, du bist nicht hier. Nein, du bist... Ich schaue... Du hast wegzugehen, das ist... Warte, bin ich... Machst du jetzt. Mach ich mal. Wieso nicht? Ich bin der Bademöster. Ja? Was bist du? Ich überwache dein Feld hier, ob du alles richtig schön baust. Ah! Bleib auf deiner Seite, habe ich dir gesagt. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Da bin ich dann erstmal fertig mit meinem Diamanthaus. Flo, du bist es kaum zu erkennen. Du bist einfach kaum zu erkennen, weil du so gut getarnt bist. Zeig mir mal dein Emerald aus. Das sieht ja so nice aus. Oh mein Gott. Ich zuerst? Okay, also hier ist eben... Ey, das gibt's ja gar nicht. Du hast oben so einen riesen Emerald drauf. Der sieht voll schön aus. Du hast keinen Diamant. Nee, das werde ich jetzt noch nicht angucken, weil ich will die Leute nicht spoilern. Ja, hier. Das ist ein Fenster. Ja. In die Toilette. Kann ich gucken. Ja, ja, ein Fenster. Du kannst aufmachen und zumachen, ja. Speziell VIP habe ich extra importieren lassen aus Dubai. Das ist... Hör? Da bist du gerade eingebrochen in mein Klo. Das ist gar nicht so smart von dir, das so zu machen. Na gut. Okay, wir sind im Smaragthaus. Zeig mal, was es hier so alles gibt, ja. Ach, ach so. Hier ist einer. Einer der Junge, der ist bereit zum Schwimmen gehen. Ja, zum Fernseher. Warte, bei dir wachsen die Emeralds an Bäumen. Kann man die auch essen? Richtig ist sie. Sie ist ein Haus für die Reichen. Für die, die Emeralds an den Bäumen wachsen haben. Okay, interessante Sache. Genau. Hier ist die Küche. Die können sich ganz viele Enderpony Bedwars kaufen. Oh, ich hab Hunger. Hast du was zu essen hier? Ja, hier. Ich wette, ich finde hier gleich dein Geheimversteck. Ja, ja, das kommt wohl das Gleiche an. Oh, Kekse. Sehr lecker. Vielen Dank. Alles okay? Was machst du da? Ich hab nur geguckt, dass du nicht zu viel nimmst. Nein! Hä, was? Nicht zu viel nehmen. Wieso? Es ist verboten. Oh mein Gott, der ist ja vollgetarnt hier. Der kennst ja noch weniger als dich. Genau, und hier ist der Kinderraum. Ja. Sehr interessant. Was haben wir hier? Einen weiteren Raum. Hier ist das Schlafzimmer scheinbar. Ja, warte, Isi. Einen kleinen Balkon habst du hier. Sehr, sehr cool. Und da kannst du sogar einmal im Kreis gehen. Was ist das hier? Ist das das Geheimversteck hier? Nein. Hä, hier ist so ein richtig unsinniger Raum. Was ist denn das? Guck mal, ist das hier dein Secret? Ah, nein, nein. Ist das dein Ernst? Hä? Isi, das ist... Okay, ich erklär es dir. Was ist das für ein Raum hier? Ich erklär es dir, okay. Das ist das geiste Zimmer. Das ist, wenn du fangen spielst. Ach so, damit du einfach... Alles klar. Nein, lass mich durch. Das ist voll doof. Nein, wo ist dein Secret? Ich glaube... Ja, warte, hast du dir das schon angeschaut? Hier ist noch ein Balkon. Vielleicht kommt man hier irgendwie rauf? Nein, da kommt man nicht drauf wie sie. Warte mal. Warte mal, Flo. Da ist kein... Nein, das ist nur ein Abstellraum. Nein! Hä? Hör auf, eins brechen! Warte. Ja, hier ist das Secret! Nein! Ich hab's gefunden. Richtig cool! Oh mein Gott, was... Ach, hier sind Villager, mit denen man traden kann, wo du noch mehr Emeralds herkriegst. Yeah, yeah, yeah. Ich sieh, weißt du... Irgendwann baue ich noch gar kein Secret ein. Und dann zahle ich einfach her. Das muss halt suchen. Das muss halt gerade suchen. Ey, so cool! Richtig, richtig cool! Schönes Haus, Flo. Was ist das hier? Ach, hier kannst du mit den Villagern direkt traden. Aha. Gute Sache, Flo. Ähm, dann war's schön bei dir. Hey! Ich geh dann mal raus. Ich, äh, hab nichts dabei. Ist ich Born-Eisen-Golem, da krieg ich nichts mehr. Nein! Ah! Du küsst mich ja gleich selber! So, Leute, dann würde ich sagen, seid ihr bereit für das Diamanthaus. Das erwartet uns nämlich hier vorne. Ich hab mir auch Mühe gegeben bei Born, aber dein sieht von außen cooler aus. Dafür ist meins... Hat eine schöne Cremefüllung. Dein sieht aus, das ist jetzt genug geworden. Ja, meins... Ja, dann komm mal her hier und mach mal Bekanntschaft mit den Diamantspikes, die da vorne stehen, ja? Mal gucken, ob du dann immer noch denkst, das hätte ein Noob gebaut. Also, das hier war eine Küche. Das ist... Das ist blaues Feuer. Ich glaub, der Vater macht hier gerade Essen und die Mutter, die sitzt hier rum. Das ist blaues Feuer, ja. Genau. Weil Diamanten sind blau. Okay. Außer rot. Diamanten, die sind nicht blau. Genau. Da hab ich hier ein Flachbildfernseher. Du kannst mit hochgucken. Hier haben wir so ein Lagerfeuer. Ich hab mir verdankt vor den Secret. Das kann falsch sein. Hier vorne, das ist das Diamant-Baby. Hä? Ein Rommel hat eine Glatze. Das hat keine Glatze, das ist ein Helm. Dein Rommel ist das... Achso, das ist ein Helm. Hä? Das ist doch keine Glatze. Du hast eine Glatze, Flo. Du hast halt echt eine Glatze. Mach dich nicht über andere Glatzköpfe lustig. Ja, nee. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer sind einige Glatzköpfe. Die fühlen sich jetzt bestimmt beleidigt. Doch, bestimmt. Ich glaub ich nicht. Du hast einige Zuschauerinnen nur mit Glatze. Ja, vielleicht. Und? Das wird der nächste Mode drin. Ja, find ich eigentlich ganz cool. So. Okay. Jetzt lass mal gucken, wo das Secret ist. Ich hab's nämlich selber vergessen. Okay. Nein, warte. Warte, ich glaub es mir wieder eingefallen. Ich weiß nicht, ob es Secret ist. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ja, okay. Ich hab auch ne Idee. Warte. Hey, was ist hier? Das ist ne Raubuch. Wie geht's, ey? Das gibt Minuspunkte. Hä, wieso denn? Das ist doch voll süß. Du hast ne Wurminfektion bei dir. Das ist überhaupt nicht wahr, denn hast du da gerade hinplatziert. Wo ist er jetzt hin? Ich hab den abgebaut. Ich hoffe, ich hab ihn nicht gegessen. Ich hab hier. Hä? Ich glaub, es ist da. Wohl falsch gedacht. Ist wohl... Nein! Ach, witz! Das ist ein Loll! Ja, willkommen in meinem geheime Diamantlager. Du darfst nicht rein. Bleib draußen. Warum ist hier Gold? Das Diamant ist Themenverfehlung. Würde man Deutschlehrer jetzt sagen. Oh, das ist doch... Aber das ist das Lager der Diamanten. Guck dir die mal an. Wie wunderschön sie überall sind. Das sind Mana-Diamanten. Hör auf, meine Diamanten zu klauen. Das sind Mana- und das sind Astral-Diamanten. Und das hier ist mein heiliger Diamant. Der größte Diamant, der je von Menschenhand geschaffen wurde. Wenn du ihn abbaust, dann töte ich dich. Und zwar sofort. Okay? Ist dir das klar? Ich bring dich jetzt um. Ich bring dich jetzt einfach um. Es ist mir egal. Ich töte dich mit meinen bloßen Händen. So, bist du bereit für die Jury? Bist du ready für die Jury, Flo? Dann würde ich sagen, ich denke, mein Haus war das Bessere. Dein Versteck war besser, okay? Das gebe ich zu. Ähm, nein. Dein Haus von außen war auch besser. Aber ich glaube, die inneren Werte zählen. Und deswegen denke ich, das Haus meins gewinnt. Smaragd. Okay, ein Punkt für dich. Die inneren Werte zählen. Smaragd? Smaragd? Nein, auf damit. Dia. Yes. Er weiß wenigstens, dass Dia's viel mehr wert sind als Smaragde. Diamant. Und? Smaragd. Sorry. Du blödes Schwein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Flo, stirb. Yes. Stirb einfach nur. Aber es war einfach Bescheid. Krieg ich dich noch. Komm schon. Wieso stirbst du denn nicht? Ah. Komm schon. Mach, dass du stirbst. Du hast keine Chance. Endlich. Du hattest es verdient. Du hast meine Sachen geklaut. Okay. Leute, dann würde ich sagen, war es das hier mit unserer Folge Diamanthaus. Was ist ein Markthaus? Lass einen Like da. Schaut im easy-mars.shop vorbei. Mit dem brandneuen Design. Unbedingt rein schauen, Leute. Das gibt es nur auf begrenzte Zeit. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen im nächsten Video natürlich. Wir sehen uns bis dahin, noch einen wunderschönen Tag. Schaut bei Flo vorbei. Schaut bei wem? Der ist Flo. Noch nie gehört. Kann ich euch leider nicht empfehlen. Wir sehen uns. Macht's gut. Und ciao. Yeah.